Am 19. November 2023 wird im Kanton Basel-Landschaft über die Einführung einer kantonalen Deponieabgabe abgestimmt. Dazu ist eine Änderung der Kantonsverfassung und eine Anpassung im Umweltschutzgesetz nötig. In den letzten Jahren wurden viele Bauabfälle im Kanton Basel-Landschaft deponiert. Dies, obwohl ein beträchtlicher Anteil davon verwertbar wäre. Deponieren stellen einen großen Eingriff in die Natur und Landschaft dar. Deshalb sollten sie sorgsam mit Material aufgefüllt werden. Viele Bauabfälle können in Recyclinganlagen aufbereitet und danach wieder als Baustoff verwendet werden. Dadurch werden natürliche Rohstoffe und knapper Deponieraum geschont. Jedoch ist das Deponieren von Bauabfällen in vielen Fällen günstiger als die Aufbereitung zu Recyclingbaustoffen. Deshalb werden auch verwertbare Bauabfälle teilweise aus wirtschaftlichen Gründen deponiert. Aktuell hat der Kanton keine Möglichkeit, die Bewirtschaftung des knappen Deponieraums über die Deponiekosten zu steuern. Mit der Einführung einer Lenkungssteuer bei Deponien soll dies ermöglicht werden. Und das Recycling von mineralischen Bauabfällen soll damit gefördert werden. Der Regierungsrat soll die Möglichkeit erhalten, eine Lenkungssteuer von maximal 50 Franken pro Tonne Abfälle zu erheben. Eine Steuer ist nur dann vorgesehen, wenn aufgrund der tiefen Deponiegebühren zu wenig Abfälle verwertet werden. Dafür müssen die Kantonsverfassung und das Umweltschutzgesetz angepasst werden. Die Einnahmen aus der Lenkungssteuer sollen in die Staatskasse fließen. Dadurch würden die Ausgaben teilweise kompensiert, die der Kanton im Rahmen der Bearbeitung und Sanierung von Altlasten tätigen muss. Für die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage ist eine Lenkungssteuer von maximal 50 Franken pro Tonne Abfälle zu teuer. Damit würde das Bauen noch teurer werden. Anstelle einer Lenkungssteuer möchten die Gegnerinnen und Gegner das Recycling im Bausektor über andere Mittel wie beispielsweise durch die Subvention von Recyclingbaustoffen fördern. Außerdem sei die Höhe der Lenkungssteuer durch den Landrat und nicht durch den Regierungsrat festzulegen. Landrat und Regierungsrat empfehlen die Vorlage anzunehmen und der Verfassungsänderung sowie der Anpassung des Umweltschutzgesetzes zuzustimmen. Jetzt sind Sie gefragt. Stimmen Sie bis am 19. November 2023 ab, brieflich oder persönlich an der Urne. Die Abstimmungsunterlagen wurden Ihnen durch Ihre Gemeinde zugestellt. Nur wer abstimmt, bestimmt mit. Du tasgård, bestimmt mit. Nichts nicht. Nur wer kannst Kissen母on aus S Dennis Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wir sind die убийZ permettest du in der Zeitung.